Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde MörderMystery zusammen mit dem EpicStun. Hallo! Ja moin, und zwar gehen wir jetzt gleich schon mal hier auf eine neue Map und zwar Library. Es gibt jetzt glaube ich insgesamt drei neue Maps und auch ja ein paar kleine andere Updates hier in dem Spielmodus. Und ja mal schauen, ob wir jetzt hier Mörder werden. Vielleicht auch nicht. Wir haben auf jeden Fall was Besonderes vor, liebe Freunde. Und was genau, das werdet ihr gleich sehen. In 10 Sekunden geht's los. Und ich hoffe mal, wir sind beide keine Mörder. Ich habe 30% Chance Mörder zu werden. Was? 15? Ich bin Inno. Ja, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen. Okay, so, du kannst mal zu mir kommen. Hier ist auf jeden Fall, das gibt's nur auf diesem Map hier, eine Mystery Potion, ein Gold. Und da hat sich sogar schon direkt eine gesnackt. Ich habe ja eine gesnackt gerade. Ach, okay, warte, da ist noch ein Gold. Fuck, die snacken sich alles Gold weg. Okay, hier ist ein Gold. Und man kann sich jetzt, das zeige ich euch gleich, einfach mal rechtsklick draufdrücken. Dann kommt hier eine Potion in so einem coolen Effekt. Und ich habe jetzt hier eine Mystery Potion. Und ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Das heißt, ich kann diese mal trinken. Und ich habe jetzt 20 Sekunden von Speed bekommen. Und das kann ich natürlich jetzt immer wieder durch das Gold hier kaufen. So, ich kann jetzt nochmal hier eine auswählen. Dann nochmal hier eine auswählen. Und das sind natürlich alles Mystery Potions. Und das heißt, hier kommt jetzt kein Speed mehr raus. Sonst würde es drüber stehen über den Potions. Okay, ich trinke jetzt mal diese Potion. So, und jetzt bin ich unsichtbar. Okay, das ist schon mal sehr nice. Das heißt, man sieht halt die Potions am Anfang nicht. Und die kann ich danach mal trinken. So, ich bin immer noch unsichtbar. Und wenn ich jetzt nochmal eine Unsichtbarkeitspotion hätte, dann würde es statt Mystery hier oben drüber, dann würde es da stehen. Und, oh shit. So, ich trinke jetzt nochmal eine. Ich habe wieder Unsichtbarkeit bekommen. What? Okay, so, jetzt kann ich nochmal einlösen. So, bitte bekomme ich eine Unsichtbarkeit. Ne, auch Mystery. So, das hatte ich noch nicht. Und, komm nochmal einlösen. So, ist hier irgendwo der Mörder. Und, ja, ich habe eine Unsichtbarkeitspotion. Okay, gut. Ja, so, und das heißt, so, du kannst hier, warte, bist du das hier? Ja, ne? Okay, du kannst auch mal ein paar Potions ausprobieren. Wenn der Mörder kommt, dann trinke ich das ganz schnell. Die ist auf... Okay, ich bin unsichtbar. Ja, nice. Ja, wir haben schon gewonnen. Oh shit. Aber unser Ziel, Leute, ihr wisst es jetzt schon, ist einfach mal eine Unsichtbarkeitspotion zu bekommen. Aber mal schauen, ob das diese Runde klappt wirklich, dass, wenn der Mörder kommt, ich die Potion direkt trinke und somit überleben kann. Das gibt es halt, wie gesagt, nur auf der Map. Und, ja, ich bin gespannt. So, ich bin jetzt, hier gibt es übrigens auch. Ich bin jetzt gleich wieder da. Bist du auch schon da? Ja, ich bin schon da, ja. Ich warte auf Gold. Oh, da ist das. Okay, das ist auch schon ein anderer. Okay, da muss man sich hier nur ein bisschen was snacken. Und ich hoffe mal... Ich bin unsichtbar mit dem ersten Trank. Was? Nice, okay. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich brauche ein bisschen Gold. Aber es ist born kein Gold. Das ist der Mörder. Oh, nein, da ist der Mörder. Oh shit, ach du Kacke. Okay. Und, ja, der hat den Detective gekillt. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Gold farmen. Wir wissen, wie der aussieht, ne? Der hat den roten Skin, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay, gut. So, hier hoch. Ich weiß nicht, wo gibt es das noch? Da ist... Okay, da gibt es nochmal zwei Gold. So, das Problem ist halt, ich könnte natürlich so direkt die... Wir haben wieder gewonnen. Das gibt es doch nicht. Er ist runtergefallen. Mann, und ich hätte Invisibility bekommen. Echt? Oh, wow. Ja. Oh, Mann. Ich hoffe jetzt echt mal, dass der Mörder ein bisschen länger überlebt. Und ich bin Detective. Okay, das ist auch nicht schlecht. Okay. Du bist Inno. So, dann habe ich noch einen Bogen mit am Start. Ununsichtbarkeit. Dann bitte. Und dann, wenn ich dann so mit dem Bogen den Mörder kille. Das wäre schon nicht schlecht. Und da ist nochmal ein Gold. Okay. Und dann hole ich mir direkt eine Potion. So, komm, komm, komm. Jawohl. Ich habe schon eine. Und wie gesagt, ich trinke die jetzt einfach mal. Ich habe Slowness bekommen. Es gibt natürlich auch Scheiß-Effekte. Fuck. Und dann, ja, komm, habe ich mir nochmal eine. Ich muss natürlich warten, bis ich die nächste trinken kann. Und so, dann trinke ich die jetzt mal. 20 Sekunden. Okay, Speed habe ich jetzt. Und hier gibt es nochmal eine. Ich gehe, glaube ich, mal hier in diesen Raum, ne? Hier. Da, wo ich... Wo war ich vorhin auch? Ne, ich gehe mal in anderen. Da ist irgendwie so ein Braustand. Ich weiß nicht, wo du genau... Also, ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Aber ich bleibe mal hier. Es ist, glaube ich, sicherer. So, okay. Dann kann ich jetzt mal diese Potion hier trinken. Das ist... Nein, das ist Slowness. So, da ist man aber Gold. Och, Mann. Ja, aber immerhin weiß man es jetzt, ne? Ja, stimmt. So, komm, dann Gold hier. So, Slowness bekommen. Fuck. Oh, shit. Und die Leute werden schon gekillt. Alter, wenn der hier reinkommt mit dem Schwert. So, was habe ich jetzt bekommen? Nein, wieder Slowness. Das gibt es doch nicht. Fuck. Und da hat einer... Ne, das ist okay. Das ist nicht der Mörder. Och, Mann. Oh, shit. Das wird immer knapper. Das bist du, glaube ich, hier vor mir, ne? Bist du das hier? Ja, ja, das bin ich. Hast du noch ein bisschen Gold? Okay, du könntest eh ganz jobben. Ja, okay. Das bringt mir nicht viel. So, ist das der Mörder? Oh, Gott, Hilfe. Ich glaube nicht. So. Und... Mann, es wäre nicht schlecht zu wissen, wer der ist, ne? Ja, stimmt. Was habe ich denn jetzt für einen Trank? Blindness steht schon dran, okay? Blindness. So, dann kann ich mir nochmal einlösen. So, das ist jetzt ein anderer. Und es ist Speed Potion. Ah, fuck. Das bringt mir nicht viel. So, dann hier nochmal. So, komm, bitte. Es muss nochmal Unsichtbarkeit geben. Blindness. Fuck, das bist du, ne? Ja. Bist du der Mörder? Warte, warte, warte. Nein, nein. Oh, Gott. Da läuft einer hoch. Das ist er nicht, oder? Ich hoffe mal. Oh, Gott. Ich glaube nicht. Das wäre nicht so nice. Aber als ob. Dann hätte ich sonst... Klar, ich könnte der Mörder auch sein, ne? Ja. Drück mal zwei. Aber du auch. Drück mal zwei. Ja, drück mal zwei. Ich bin Detective, das weißt du doch. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Stimmt. What the fuck? Alter, wenn du der Mörder bist, zähl ich dich mal... Ja, genau. Oh, shit. Und... Alter, ist irgendwo... Mann. Warte, fuck. Ich glaube mal... Okay, nee, das sind die nicht, die zwei. Der hat auch einen Bogen. Warte. Hä? Du bist jetzt auf einmal wieder weg und machst jemandem Damage. Nee. Beziehungsweise... Nee, Quatsch. Oh, oh, oh. Fuck. Ja. Gewehr! Ja, nice! Oh mein Gott, weißt du, wo ich war? Du warst es, oder? Ja, ich war's. Nice, wie gut. Und ich denke mal, jetzt sind wir beide wieder Innos. Ja. Also ich bin auf jeden Fall Innos. Okay, vielleicht kann ich jetzt diesmal ein Mörder sein. Aber, ja, ich glaube mal... Nee, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Man hat auch echt... Ich glaube, keine so guten Chancen, Mörder zu werden. Und was ist das jetzt für eine Potion? Das ist die... Mann, Blindness Potion, das gibt's doch nicht. Oh, ich krieg's Loan, das ist als erstes. Blindness ist halt echt das Schlechteste, was man bekommen kann. Ja, stimmt echt. Okay, und ich hoffe, ich werde nicht direkt gekillt. So, hier in Gold snacken. Aber schade, dass es auch nur auf dieser Map gibt. Aber ist nicht schlecht. Ich hab Unsichtbarkeit. Okay, sehr gut. Und ich hab jetzt auch Unsichtbarkeit bekommen. Okay. Aber das Problem ist, man braucht halt auch noch einen Bogen vielleicht, ne? Das war vorhin perfekt, dass ich die Taktiv war. Dann kann man den Mörder auch killen, somit. Aber Unsichtbarkeit ist auch schon mal nicht schlecht. So, da ist ein Gold. Jetzt muss ich nur noch mal eine Unsichtbarkeit bekommen. So, nochmal ein Gold. Nochmal ein Gold. Jetzt... Okay, dass der sich gesnackt hat. Bist du hier? Ja. Okay. So, dann snack ich mir das auch mal. Oh, das lohnt es. Shit. Und das ist, glaube ich, Unsichtbarkeit. Ja, ich hab Unsichtbarkeit. Okay, sehr gut. Und Mystery Potion. Ich trink die mal. Kann ich auch mal Just-Woffen machen. Und das ist Slowness. Fuck. Okay, aber es ist nicht so schlimm. Und ich hab Blindness. Oh mein Gott. Was? Ja. Okay. Ich hab Slowness nochmal bekommen. Du kannst ja... Was? Alter, was war das denn? Ich glaub, der ist runtergeflogen. Du kannst ja mal ein bisschen nach vorne laufen oder so, ne? Falls... Dann Mörder dich irgendwie killt. Oh, oh. Die sind's hier nicht. Das wissen wir schon mal. Ja. Aber da vorne, hinter uns. Ist es der da oben? Ich weiß es nicht. Ich hab... Alter, man hört halt das Geräusch so stark, ne? Ja, ja, ja. Oh shit. So, dann ganz kurz nochmal die Potions. So, drei Stück hab ich jetzt wieder. So, kommt dann hier eine. Das ist Mystery. Komm, das trinke ich auch mal. Das ist Speed. Okay. Und... Oh. Okay, okay. Ich hab nochmal Unsichtbarkeit bekommen. Alter. Was? Da hat jetzt auch den Detective gekillt? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. So, ich hab jetzt zwei Unsichtbarkeit. Kann ich die irgendwie sortieren? Das geht nicht. Und... Das bist du, oder? Ja, ja, ja. Okay. Slowness hab ich jetzt wieder. Und... Ich hab drei Slowness. Blindness. Was? Oh mein Gott, ja. Ich hab jetzt so viele Potions. Ich hab vier Slowness Potions. Nein, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ich nehm jetzt einfach mal Slowness. Ja, muss ich auch nehmen. So, dann nochmal. Und jetzt vielleicht nochmal Speed. Das wär perfekt. Slowness. Shit. Okay. Warte. Ja, die... Da ist es nicht. Bestimmt der da oben. Guck mal, wie der schaut. Oh Gott, oh Gott. Was? Wo ist er? Guck mal, da oben. Ja, aber ich glaube mal... Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Der könnte dich halt jetzt easy killen mit dem anderen. Ja, ja. Oder mich auch. Der hat schon meine Tränke gesehen. Wenn ich jetzt halt einen Bogen hätte, wär auch nicht schlecht. Ja, stimmt. So, komm nochmal einmal ganz kurz. Ich hab wieder keinen Platz. Ganz kurz die Potion hier trinken. So, ganz kurz die andere Potion nehmen. So, komm bitte. Leute, lass uns die Runde dadurch mal gewinnen. Ich hoffe mal, der verfolgt mich irgendwie, dass ich... Was? Du warst der Mörder wieder. Er hat mich abgeschossen. Du warst wieder der Mörder. Er war unsichtbar und hat mich dann abgeschossen. Was? Du warst wieder der Mörder. Ich war wieder der Mörder. Phil, bist du Mörder? Nee, ich bin kein Mörder. Da ist einer. Okay. So, ich bin jetzt wieder im großen Raum. Du kannst mich jetzt killen, falls du willst. Aber ich glaube mal, das bist du nicht. So. Und jetzt vielleicht... Ich hätte mir vielleicht die Potions nacheinander holen sollen. Fünf Stück hab ich jetzt sogar. Ah, nice. Okay, dann nochmal. Hattest du schon Unsichtbarkeit? Ich hatte noch gar keine Unsichtbarkeit. Nee. Ich auch noch nicht, glaube ich. Nee. Leider nicht. Und ich hab, glaube ich, wieder... Erst zweimal Sloan, das hab ich bekommen. Aber... Ja. Ich bin gestorben. Lol. Was? Ich bin direkt davor gestorben. Ich auch. Oh shit. Hä, wer war denn das? Ich weiß es nicht. Ey, war es mega komisch auf einmal so... Es hat auf einmal geleckt, ne? Ja, ja. Okay, ja, das war der Mörder. Warte, nee, doch nicht. Der steht hier. Das war der Alex. Ja. Aber der leckt mega rum. Ja, ja. Und der wurde jetzt gekillt. Alter, hier ging ja mega die Action ab. Wenn wir ein bisschen vorher die Unsichtbarkeit hätten, schade, hätte es vielleicht besser klappen können. Aber trotzdem waren auf jeden Fall ein paar coole Runden dabei. Falls es euch gefallen hat und falls ihr mehr Murder Mystery sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt ansonsten noch alle Links in der Videobeschreibung ab. Unter anderem natürlich auch Epics dann. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Bös.